hallo im neuen video diesmal fahren wir von portoheli nach ermioni und machen einen ausflug mit der fähre zur insel hydra so haben wir es jetzt geschafft was meinst du heins das ding ja hoffentlich ist das jetzt vorbei also willi hier bleiben vermassen hielten sich in portoheli noch in grenzen im gegensatz zu bolus aber dafür war das gewitter in portoheli wesentlich schlimmer als bei freunden von uns die in ermioni gewesen sind also bei dem einen das schlimmer und bei dem anderen das andere das wasser war tagelang richtig braun und es lag eine dicke ölschicht drüber so das ist das friedvolle ruhe nach dem sturm so wir verlassen portoheli und wollen heute nach ermioni jetzt verlassen wir portoheli jetzt ist es ganz friedlich hier aber wenn wir da vorne raus fahren und um die ecke fahren dann streifen wir so den mel temi und das wird schon ein bisschen windig jutta und michael sagten gestern die hatten 28 knoten da sind wir mal gespannt hier auf der linken seite das nennen sie die griechische riviera das ist so diese ecke unterhalb von portoheli und auf der rechten seite ist die insel spätzes die soll ja auch so unheimlich schön sein vielleicht kommen wir da noch hin also im moment ist wegen dem mel temi und dem nordwind keine möglichkeit ist das schön hier so wir sind in ermioni und liegen da vorne am stadtkai und so seit zwei stunden strömen die hier alle rein die ganzen charterboote wie verrückt da kommen so viele boote an und es ist alles voll es ist auch draußen sehr viel wind das meldte mich und dann versuchen die alle noch an der stadtkai zu kommen da gehen welche richtig gas in der hoffnung den letzten platz zu kriegen aber da kreisen schon zehn gehen wir hier durch so einen kleinen pinion wald als richtig malerischer ort hier ja heute pfeift der meldte mich ganz schön um die ecke hier ganz viele hier sind wir an der nordseite von ermioni und hier gibt es eine ankerbucht und auch auch in stadtkai aber da kann man bei dieser welle die im moment jetzt hier ist auch nicht liegen aber am ankerplatz sieht es gar nicht so schlecht aus am stadtkai konnten wir sehen dass die flüge von unserem windgenerator auch kaputt gegangen sind wir warten auf die techniker die uns einen neuen windanzeiger montieren wollten und in der zwischenzeit basteln wir an eine neue halterung für das dinghy verbrachten ein paar tage in ermioni und lily genoss jedes mal die runde da geht es ins haus ja das ist ja der hammer so auf zur fähre heute geht es nach hydra die mannschaft war gar nicht darauf vorbereitet und haben voll die schlagsseite gekriegt die insel hydra soll sehr sehenswert sein aber bei diesem nordwind ist anker nicht möglich und in diesen kleinen klitzekleinen hafen rein zu fahren davon raten sie alle ab weil diese schnell fähren hier da rein fahren und auch andere fähren und es wäre sehr voll sehr rummelig da kommen sibylle und Burkhardt und Ilona und Andi ich glaube ich muss diese geistreichen gespräche aufnehmen das sieht aus wie ein monster diese fähre hier auf der insel hydra gibt es keine autos und auch keine motorräder nur diese vierbeinigen an Leonard Cohen lebte lange Zeit auf Hydra. Es war auch in den 60er Jahren bei Künstlern sehr beliebt. Mehrere hundert Jahre zuvor war Hydra für ihren Schiffsbau berühmt. Leider wurden dafür so ziemlich alle Bäume abgeholzt und von daher ist es jetzt eine ziemlich kahle Insel, aber eine wunderschöne Stadt. Interessant ist auch, dass auf dieser kleinen Insel gleich fünf griechische Premierminister geboren wurden. Echt interessant. Das ist kein Kind. Guck mal das Gesicht an. Ein Strandplan. Oder ein Politiker. Da der Hafen hier so voll ist und so klein ist, haben die hier so Landungsbrücken hingestellt. Dann können dann die dicken andocken. Den Namen Hydra hat die Insel von ihren vielen Quellen, aus denen reichlich Wasser strömte. Der Knabe auf dem Delfin von dem Film mit Sophia Loren. 1957 war sie hier. Und diese Mühle, die ist nach Sophia Loren benannt, weil sie hat diese Insel auch berühmt gemacht. Du weißt, das ist eine tolle Landschaft hier. Unser Windgeber wird jetzt gewechselt. Der arme Kerl da unten muss wünschen. Aber der spart sich das Fitnessstudio. Wie schön das Grün wird durch den Regen. Das sprießt richtig. Das ist irgendwie so ein Frühlingsgrün. Abends hatten wir noch ein Abschiedsessen. Morgens noch einmal kurz zum Markt. Und dann haben wir auch schon abgelegt. Heute ist es ganz entspannt hier. Ganz wenig Charterboote. Aber montags und dienstags, da war hier Kampftag. Nun ging es ganze drei Seemahlen weiter in eine Ankerbucht zu einem Lost Place. Aber davon beim nächsten Mal mehr. Tschüss. Tschüss.